das ist ein video was nicht in meinen üblichen release plan reinpasst aber es war mir sehr wichtig dieses video heute zu machen und zwar geht es um das was ich in der letzten kaffeepause angesprochen habe dass ihr mir eure uhren schicken könnt oder videos zu euren uhren und ich diese dann auf meinem kanal präsentiere ich hatte gehofft dass ich vielleicht zwei drei vier uhren bekomme und die auf meinem kanal zeigen könnte ich bin von der reaktion mega überrascht und in gewisser weise auch überwältigt und überrannt worden denn ich habe ich glaube in summe 15 rückmeldungen bekommen und diese 15 rückmeldungen umfassen ich glaube an die 100 uhren die ich auf meinem kanal in der ein oder anderen reise präsentieren kann ich bin absolut platt ich habe noch nicht alles gesichtet ich habe noch nicht jedem von euch eine rückmeldung gegeben ich verspreche aber ich tue das eine sache habe ich in der tat schon umgesetzt und da hat mir ein user in englisch ein video geschickt und ich habe das dann in ein video umgesetzt was ein bisschen interaktiv ist das sieht dann ungefähr so aus ja paul stell dich doch einfach mal vor und zeig uns die uhr die du uns heute im video vorstellen möchtest hello my name is paul and i'm a fan of axel's watch channel because i love german watches and i just thought i'd take the opportunity that axel has given some of his viewers to present their watches so this watch is from a brand that axel has been quite interested in recently called tourby and this is my tourby watch it's an old military 43 and yeah i love this watch it's my favorite watch so i just thought i would share with you some reasons why i like it thank you very much ich habe dem user keine vorgaben gemacht was er schicken soll sondern ich habe das genommen was ich bekommen haben habe versucht daraus etwas interaktives zu machen zum beispiel hat der user mir gesagt was für ihn bei der uhr sehr wichtig ist ganz unaufgefordert hat er mir auch gezeigt wie die uhr leuchtet und wie er ziffernblatt und leuchtmasse findet alles das finde ich wirklich klasse und das video wird mit sicherheit auch sehr spannend werden alles das könnte ich auch mit euren videos machen ich werde euch ansprechen ich verspreche ich gebe komme auf jede anfrage zurück es dauert unter umständen nur ein kleines bisschen was weil ich gegebenenfalls das alles zeitlich nicht kurzfristig abgehandelt bekomme ja das ist nur mein kurzes feedback damit ihr wisst ihr bekommt eine rückmeldung es dauert vielleicht ein paar tage und ich freue mich riesig darüber ja und jetzt bin ich umso mehr gespannt wie ihr mittwoch das erste video meines star clubs findet in zwei tagen kommt dieses video ich hoffe ihr findet das genauso klasse wie ich ihr freut euch darauf und wenn euch was gefällt sprecht mich gerne an wir finden sicherlich einen weg sowas auch mit euren uhren zu machen das letzte wort sollte diesem fall aber paul gehören that's about it and thank you very much for listening